Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Sester, seltenmal nehmen wir uns viel Zeit, um das Zeugnis zu geben, in Gottes Wut zu hören. In Apostelgeschichte 28, 23, da kommen eine ganze Gruppe von Menschen um das Zeugnis zu hören von Paulus. Und heute haben sie Verteile von dem, was Gott am Gelehrt hat. Fernmiddag, Nohmiddag, und wir sind eine Art Familie fast, denn Dach Ewa. Denn Dach Ewa redet sie von Gott, von seinem Reich, von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat, und die Menschen, die Hörste am Touw. Wahrscheinlich wird das sein, weil wir uns auch mehrmals im Jahr diese Zeit nehmen. Uns einfach mal eine ganze Dage touw zäten, ohne ein besonderes Programm zu haben, einfach im Kaffekraans oder im Terraräkraans, wo ein Mann in einem Landje wohnen, und anfangen zu spazieren von dem, was Gott in seinem Leben gefordert hat, was Gott in seinem Leben gefordert hat, wo wir erlebt haben, dass er uns frei gemerkt hat, vom Sotun, oder von dem Laster, oder von dem Sinn, und wo wir uns mitteilen, dass man Gemeinschaft haben. Uns fehlt diese Gemeinschaft. Die Gemeinschaft nicht bloß eine Church, die Gemeinschaft eine Familie, und ihr Freund, wenn wir taub kommen, dass wir in unserer gauden, platischen Sprache stehen einfach spazieren, uns mitteilen, in der Bede, diese Gemeinschaft, die wird uns steuern machen, aus dem Schöner Gottes. Wie alle brücken dort. In Folgen, das Zeugnis vom anderen steuert mich, und vielleicht steuert mein Zeugnis auch jemand anderem. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns die Aufgabe machst, für die sie allein hätten, dass die Menschen, die die allein hätten wahrgenommen, sich in die Hand zu sagen, und einfach zu hören, was du im Leben von Paulus gefordert hast, dass sie den ganzen Tag Zeit auf ihr haben. Herr, wir haben so Druck, und wir waren von einem Stehen nach dem anderen, und halb uns doch, dass wir diese Entscheidung treffen, uns Zeit zu nehmen, und von dem zu reden, was du gefordert hast. Nun bitte ich an die Nummer. Amen. Warte, mit dem nächsten Mal, mit Pupen und Sprache. Das war eine Produktion von Jesus Responde im Mundo de hoy. Töp, mit dem Numen Jesu gerade schreibe über Paraguay und der Welt. Kontaktiere uns unter